Wir haben am Anfang gesehen, dass Kinder Cartoons Sex und Gewalt enthalten. Fragt ihr euch, wer Disney wirklich war? Warum zeigt man unseren Kindern Illuminaten-Symbole wie Pyramiden und das allsehende Auge immer wieder? Warum benutzen sie Kinderschöne-Symbole für Süßigkeiten, Eis und andere Dinge, die Kinder anziehen? Je mehr ich in diese Dinge eintauchte und feststellte, wie tief das in unserer Gesellschaft reicht, desto mehr fand ich... Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020